Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum SG Index Check am Mittag, präsentiert von der Societe Generale. Mein Name ist Bastian Galuschka und wir wollen uns heute den DAX aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Wir schauen uns drei Zeitebenen an im deutschen Leitindex. Die Wochenkerze ist ja auch kurz vor ihrer Vollendung. Bereits in der Vorwoche hat der Index eine solide Umkehrkerze ausgebildet. Vier Abwärtsziele waren genannt, 8700, 8355, 8151, 7600. Die ersten zwei Abwärtsziele haben wir im Xetra erreicht, das dritte auch in den Indikationen und im Future. Einzig die 7600 war noch offen und ist aber jetzt erstmal kein Thema kurzfristig. Der Index ist in einer Erholungsphase, hat das Erholungspotenzial gemessen am 2018er Tief bei 10279 nahezu ausgeschöpft. Wir werden auch gleich im Stundenchart sehen, dass sich dieses Ziel ganz gut mit den kurzfristigen Zeitebenen entdeckt. Darüber wäre hier im Wochenchart Potenzial da bis 10800 und dann sogar wieder in Richtung 11300. Auf der Unterseite dienen jetzt beispielsweise hier die zwischengeschalteten untergeordneten Supports, Marken bei 9338 und 9214 als Supports und darunter dann die bekannten großen und wichtigen Marken, gerade ja auch die 8150 haben wir hier wiederholt besprochen, als Dreiecksausbruchsniveau, was jetzt erstmal im Tief auch gehalten hat. Gehen wir eine Zeitebene tiefer in den Tageschart hinein. Hier sieht man diese Bodenbildung, die anders als in anderen Indizes eigentlich recht sauber verlief. Schöner Doppelboden hier mit zwei langen Lunden zur Unterseite bestätigt die 860. Dann ging es per Gap aus diesem inversen SKS-Boden oder Doppelboden heraus. Das war am Dienstag der Fall und wir haben eigentlich auch schon großes Potenzial hier ausgeschöpft, was sich ergeben hatte oder das größte Potenzial hier in Richtung 10.030 Punkte war ja das Ziel aus dem Doppelboden, dass es abgefrühstückt worden und da zeigt der Index auch erstmal eine Reaktion nach unten. Also 10.137 war das hoch. Am Mittwoch auch seither kommen wir nicht weiter. Sollten wir jetzt weitere Hochs markieren, dann käme hier oben der Gap Close in Frage bis 10.93. 10.280 wäre die Abrisskante, also da warten dann schon noch mal deutlichere Widerstände. Erst wenn wir das Gap zumachen, darüber hinaussteigen, wäre Gap Nummer 2 in Verbindung mit dem EMA50 möglich, was dann auch Kurse über 11.000 Punkte entsprechen würde, also dieser Bereich hier oben. Rücksetzer, sollten Sie denn kommen, da werden wir um 9.500 unterstützt und dann vor allen Dingen hier das Ausbruchsniveau der letzten Tage um 9.145, 9.150, also diese Bodenbildung. Wir werden es gleich im Stundenschart nochmal deutlicher sehen, da gehe ich gleich mal rein. Das ist das Niveau, was ich meine. Hier unten, wo der untere graue Pfeil hinzeigt, das war hier der Trigger am Dienstag, als wir darüber angestiegen sind. Per Gap ging es ja wirklich fulminant zur Sache und diesen Boden haben dann viele Trader gekauft, beziehungsweise viele Short-Seller haben dann erstmal sich eingedeckt. Die letzten beiden Tage kann man so zusammenfassen, am Mittwoch hatte der Index eine gute Chance, nach dem Gap Close die Rally fortzusetzen. Diese haben die Käufer erstmal nicht wahrgenommen und gestern hatten die Verkäufer eine große Chance, nach der ersten Abwärtsstrecke eine zweite folgen zu lassen. Das haben sie auch ausgelassen. Diese beiden Entwicklungen heben sich gegenseitig auf, womit wir heute eine neutrale Situation haben. Man könnte auch von einer Range sprechen zwischen gut 10.000 Punkten und 9.500 Punkten. Hier könnte man sich unten nochmal reinstellen bei 9.500 Punkten und versuchen abzustauben. Die zweite Variante wäre dann auch mit Blick auf die kommende Woche hier 9.145 nochmal zu kaufen, also die Ausbruchsmarke des Doppelbodens. Alles was tiefer geht wird zunehmend bärischer. Auf der Oberseite, wenn wir uns jetzt stabilisieren in Kürze und weitere Hochs markieren, dann kämen die oberen Ziele ins Spiel, wie eben auch schon gezeigt. 10.280 ist deswegen auch interessant, weil hier aktuell der EMA 200 Stunden verläuft, wie auch die Abrisskante in Form des 2.18er Tiefs im Wochenchart. Also da denke ich, wird eine Gegenreaktion zur Unterseite schon wahrscheinlich. Final dann 10.93 bis 10.424, was dem Gap Close hier entsprechen würde und auch war ja, dass dieser untere Support eines absteigenden Dreiecks per Gap Down unterboten wurde. Also ich denke, es ist jetzt relativ klar, an welchen Marken man agieren könnte. Man könnte 10.280 versuchen zu verkaufen, spätestens hier oben. Man könnte 9.500 versuchen zu kaufen, spätestens hier unten 9.145. Ja und erstmal denke ich, wird es wahrscheinlich heute ein etwas ruhigerer Handel werden, als jetzt in den letzten beiden Tagen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ob sich da jetzt eine der beiden Seiten vor dem Wochenende noch weit aus dem Fenster leben, würde man sehen. So eine bereinigende weitere C-Welle wäre von der Struktur her das Schönste, keine Frage, um dann nochmal etwas mehr Klarheit zu schaffen, ob dann auch die 10.280 noch erreicht werden können. Aber das hat man gestern gesehen, Börse ist nicht wünscht dir was, sondern man muss das Stunde für Stunde, gerade auch als Kurzfrist-Trader nochmal neu untersuchen. Wenn Sie etwas handeln möchten auf den deutschen Leitindex, habe ich in Beispielhaft nochmal zwei Derivate mitgebracht. Auf der Long-Seite könnte man zurückgreifen auf das Derivat mit der WKN SE4 DWK, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 7.760 Punkten, der Hebel bei 4,7 und die Short-Variante mit der WKN SR6 4K0, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 11.988 Punkten, guter Hebel bei 4,5. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Erfolg und das war es dann auch mit diesem Format, mit dem SG-Index-Check. Das Format wird nicht weiter fortgeführt. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass die Société Générale mit den Analysen nicht zufrieden gewesen wäre, sondern es hat damit zu tun, dass das Derivate-Geschäft der Commerzbank übernommen wurde von der Société Générale und sich da natürlich auch gewisse Synergien ergeben, auch in der Vermarktung. Deswegen wird es jetzt erstmal nicht weitergehen mit dem SG-Index-Check am Mittag, aber es wird voraussichtlich ab April ein neues Format geben, ein wöchentliches Format, auf das Sie sich schon mal freuen können. Ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal bedanken bei Ihnen, dass Sie mir die Treue gehalten haben, dass Sie auch natürlich der Société Générale die Treue halten. Ich denke, das Format war gut gewählt, kurz und knackig, ein Index pro Tag mit den wichtigen Marken. Vielen Dank auch für Ihr positives Feedback in den letzten zwei Jahren und wie gesagt, Sie werden von mir und auch von der Société Générale auch in Videoform wieder was hören. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle weiterhin viel Erfolg mit Ihren Trades, natürlich ein schönes Wochenende und bis demnächst. Machen Sie es gut. Tschüss. Vielen Dank.